Wir halten uns auf IG Ups vor. Das funktioniert nicht. Hör auf, Weike. Hör auf. Lass los. Na dann. Prost. Gegen Faschisten. Anarchie. Dosenbier. Punk. Käsekracker. Und Captain Mott. Aber nicht gold. Nicht gold. Ja, es ist wahr. Wir haben ein IG Erb Comeback. Ohne die Comebackshow sogar. Wir schaffen es selber. Aus eigener Kraft hier. Hier, ist der Kraft hier. Ja, sieht man mal. Die ist so kräftig, kann ich mal jetzt. Oh verdammt. Seht aber, wie kräftig die ist. Ja. So. Maike, hast du noch was in unserem Publikum zu unserem IG Up Comeback zu sagen? Nein. Scheiß auf Marternuss. Gold. Gut, viel Spaß beim nächsten IG Up. Bye bye. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. In 1992, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime of 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 18 Jahre alt. In 1972, ein Crack-Commando-Universität... Scheiße! Scheiß drauf! Ich hab grad die Lautsprecher und dann gespürzt. Wir sind so hart getrinkt, Martinusgott. Also, bitte. Bevor wir nach Kapsel trinken, fangen wir an mit... Team 80. Mit dem Telefon. Okay. Zu der neuen IGR-Reihe. Wir haben uns verändert. Stilistisch. Vom Aussehen. Und von unserem Gemüt. Also, wenn ihr mal ein Problem habt... Mit... Martrenusgold! Gold. Ganz eklig. Dann... Rufen uns an. Und wir rufen unsere Freunde. Denn wir sind die Vermittler. Viel Spaß euch. In 1972, ein Crack-Commando-Unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers... Gin. Scheiße! No, no! Ich glaub's nicht! Ich glaub's nicht, die Probefreundetät Ol featuren. Die Probefüße! Die Probefüße sind mit